Jo Leute, jetzt kommt's zurück zu Let's Play Die Escapists Escapists Im letzten Part haben wir verzweifelt nach einer Pfeile gesucht in allen Kisten Das Klebeband! Das muss ein guter Tag werden So, jetzt brauchen wir noch Klebeband, jetzt brauchen wir noch Klebeband Äh, ja, ne Pfeile, wie auch immer Es ist ja immer, das was man sucht, findet man nicht und was man findet, das sucht man Nicht, so Was man findet, das, was man, was man sucht, das findet man nicht, was man nicht sucht, das findet man so Heißt, ich suche Klebeband Keine Pfeile, ich suche Klebeband Sehr gut, ich bleib ja schon hier Hallo, du hast nix, du hast auch nix, oder Titte? Nö So, okay Ja, ist ja gut, ist ja, komm, jetzt lass mich in Ruhe Sacken, ihr Officer Äh Ich hasse Kedos für solche Quest Hilfe So, und schnell, irgendwer würde da noch Klebeband haben Irgendwer muss sowas haben Irgendwer muss sowas haben Irgendwer muss sowas haben Natürlich hat keiner sowas So, jetzt bitte Klebeband, 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 Klebeband Natürlich nicht Ich finde das gleich ohne Ende Klebeband statt einer Pfeile Ist mir hundertprozentig klar Achso, Frühstück, da war die Fresse So, warte Irgendwer muss einfach was haben Das kann ich angehen Dass keiner irgendwie jetzt ein Oder dass keiner Ja, keiner entweder bei sich eine Pfeile hat Oder irgendwie verkauft Oder sonst Das kann ich angehen Oder hatte ich Hatte ich nicht sogar noch irgendwo eine Ich kann mich erinnern Ich hatte mal so eine Schere gemacht Aber dann wurde ich auch einmal vom Tower erschossen Dann war alles weg Paluten, du hast Nur Krabby Keg Aha Kedos Das habe ich jetzt mal nicht gesehen So, äh Ne, 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 ne Ne, okay Ne, habe ich nicht Ich sollte das Zeug ablegen, wenn ich arbeiten gehe, ne Ich habe so keinen Bock mehr auf meinen Job, Alter Das sagt langsam Ich will wieder meinen alten Job Ich glaube, ich gehe jetzt meinen Job kündigen Verlassen Achso, ja, während den Arbeitszeiten geht das Alter So, mein Gott Ey, yo Was ging da denn gerade ab? Alter Alter, die übertreiben einfach so hart mit Prozenten, ne Wenn es sowas angeht hier Ey, yo Ähm Noch zwei Ja, nochmal vier Stück So Also noch zwei Stück auslegen Noch zwei Stück machen Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Bla, 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 bla Ja, okay Warum ist der? Ich habe da nicht hingelenkt Der ist einfach hochgegangen Ich schwöre es So, 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 so Man muss bei jedem Job zehn Dinge tun übrigens So Ich bin zu viel beschäftigt, solche Anfragen Während der Arbeitszeiten zu arbeiten Fick dich ins Knie, du Mann Arbeitsschlüssel wäre so eine geile Idee Dann könnte ich einfach irgendwie keinen Plan Was würde mir eine Arbeitsschlüssel bringen? Natürlich Jetzt schießen die Türme nicht, oder wie? Danke Vielen lieben Dank, Officer Alter Ständer Äh, Peitsche Holz, Draht, Rasierklinge Holz, Draht und Rasierklinge Okay Das ist krass So, Flüsse, bla, bla Habe ich ja Ich brauche einfach nur mal Nägel Die ich dann in mein Dingelingeling reinhauen kann Weil das Das macht dann richtig kaputt Das haut dann richtig hart rein Und ich brauche natürlich auch nochmal Klebeband Dann klemmere ich eine Pfeile Wer ist immer noch nicht verstanden Ich brauche eine Pfeile Aber ich sage Klebeband Weil das man nicht Was man findet Was man sucht Das findet man nicht Und ja Deswegen finde ich jetzt auch kein Klebeband Weil ich jetzt suche Äh, Draht Nee, okay Ich sollte trainieren gehen Will ich aber gerade eigentlich Nee Okay Gut, dass du mich in Ruhe gelassen hast Okay, gut Geh weg, geh weg, geh weg Danke Gut, ähm, okay Ist ja all die Fresse Kronk Wollt ihr nicht Ich hab die Quest weg Ich werde Schokolade von der Hardi-Gewürfel an der Hardi und Ich glaube der Hammer ist Zur Zeit noch besser Natürlich Jetzt haben wir auf einmal Alle was an Jetzt hat auch hier Ja, ja Ich verstehe schon Ich verstehe schon Ja, ja Ich trenne noch weiter Ich trenne noch weiter Jetzt habe ich keinen Bock mehr So, ich brauche aber Wenn ich da noch Nägel dran mache Wir brauche ich nochmal 6 Intelligenz Also wahrscheinlich bald noch mal mehr Und diese wunderschöne Gras-Wackel-Animation ist geil So, tt Was hast du zu verkaufen? Nix Da, wunderschön Wie da auch dann Was ist so geil Am Pixeln Und was weiß ich nicht alles So, okay Hauen wir uns mal wieder schlau Wir hauen uns schlau Genau Wir hauen uns schlau Okay Es gibt's LP Warum auch immer ist der schwarz Ja Na Warum auch immer Da ist der guter Alberto Ja, der ist Normal Der ist halt schwarz Dafür doch kein Weg dran vorbei Der ist einfach so So, okay Sind keine Tische Heißt, ich muss irgendwo Wieder Leute ausrauben Ne, dich ja weniger Ich will keine Office Na mehr verhauen eigentlich Ne, ohne dass die In meiner Zelle sind Kloppe, 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 Kloppe Das war nicht hier unten in der Gegend Nicht Ich hätte gedacht, das war jetzt da unten Weil Keine Ahnung Das kam mir irgendwie so nah vor Ah Okay Kann nicht mit leben Okay, da habe ich gerade vorhin mein Mikro gehittet Also Headset-Mikro So, ähm Irgendwas wollte ich tun Ich wollte nach Nägeln suchen Stimmt Nägel, 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 Nägel Okay Immer noch nichts Neues Hätte ja sein können Ich weiß halt nicht, wie fern die wann ihre Geschäfte aktualisieren Was, ihre Geschäfte aktualisieren? You say what? Ja, ihr wisst, was ich meine Oh, come on Nein Äh, nö Natürlich Wer hätte es auch gedacht Wer wäre davon ausgegangen, dass die irgendwas haben? Nein Natürlich hat ganz plötzlich niemand mehr Nägel Die sonst immer hart groß vorhanden sind In riesen Mengen sogar Boah, krass Da geht es direkt zur Sache Ja, komm, ist ja gut Ich lasse ja fallen Ich lasse ja hängen Ich lasse ja baumeln So, die Theorie mit dem Brecheisen Das lasse ich hier Stimmt Wir hatten mal Brecheisen und Seile sogar Stimmt, ja Das ist plötzlich alles verschwunden Scheiß Nachbars Hund Äh Keiner hat mehr was zu verkaufen, ne? Ne, okay Ah, nö, okay Jetzt müssen wir arbeiten Mal wieder Und jetzt gerade fängt es auf Feuer Kurz hat es geruggelt Schon wieder Schon wieder Schon wieder Schon wieder Alter, was soll Alter, was ist hier plötzlich Logos? Immer noch derselbe Scheiß da drin Inwiefern muss ich mir das Spiel beenden, damit das aktueller wird? Oder gesagt, damit da was anderes reinkommt Ich hab keinen Plan FPS, hallo Okay Jetzt lassen wir das mal so ein bisschen stehen Mal gucken, was passiert Das hatten wir ja schon mal Dann ist das aber auch wieder hochgegangen Nach einer Zeit Geht doch Doch nicht Hast du das jetzt oder nee, ne? Nee, hast du nicht Ja, nee, hast du nicht Natürlich Ganz kurz Aufnahme-Reset So, ja, da bin ich auch wieder Nach einem ganz kurzen Kleinen Aufnahme-Neustart Ich hoffe, die FPS haben sich jetzt gefangen Und gucken nicht wieder rum Was sie natürlich auch wieder tun werden Das ist mir ja klar Also Ja, ich werde ja so sehr gemocht Also irgendwie Normalerweise ist das nicht so Das ist nur Ich nur wieder mal ganz kurz so Das hatten wir ja schon mal Ganz kurz Also war das ja wirklich nur ganz kurz So Irgendwie mag Frap's mich nicht Wenn du mir jetzt Boah, Alter Hätt sein können, dass du mir was wegnimmst Bei denen weiß man echt nie Genau wie bei den Türmen Die eigentlich nicht hätten schießen sollen So, okay Es gibt Achso, das ist gar kein Ich dachte gerade Ich dachte, das wäre eine Arbeit So Jetzt macht die Arbeitszeit vorbei Bitte Bitte Ich will Lieferung machen Der Alberto ist nicht mehr da Ich will Lieferung machen Ich will Lieferung machen Ich will Lieferung machen Professor Mr. Trash Vergesst Okay Kedos Du bist so weit weg Kedos Nochmal Geht doch Hurensohn Hast du nicht gehört, was du Ne, hab ich nur eingebildet Okay Das muss weg Das muss weg Das muss weg Das muss weg Eins, zwei, drei, vier Fünf Sachen, die weg müssen Wenn irgendwas bei mir durchsucht wird Lol Ich merke schon Ich werde dir gehasst Natürlich Duschen Ich gehe ja schon Mein Gott Scheiß Frames So Direkt mal wieder zum Arbeitsgedöns Hier mal gehen Halt die Fresse Der Arbeitsmann Boom Ich bin Lieferung Ich bin Lieferung Okay Okay, dann muss ich jetzt Anders auf Kedos klicken Geht doch Er hat nichts zu verkaufen Okay So, nächster Tag Erwartet uns der Lieferant Mal gucken, was wir tun müssen Ich hab keinen Plan Wie spät denkt ihr ist es? Zeit für die Zelleninspektion Boah Kedos und Alberto Okay Können kontrollieren Kein Ding Hauptsache Schnell hoch Selbst Ich hab Nein So viel Nein Ja Freunde machen Yeah Freunde machen Kedos Quest Quest Du hast ne Kedos Kedos Manu Oh mein Gott Der Tag war schnell vorbei Viel geschafft Wenig geschehen Was weiß ich nicht Alles wie man das sagen soll Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja Lass doch einfach ne kleine Wertung da Und ja Haut rein Mr.